Und jetzt sind wir hier direkt oben auf der Brücke gleich. Wir wollen doch gucken, dass wir keine Menschen drauf haben, die sich dann da beschweren. Und ganz hinten seht ihr richtig viel Wasserfläche. Und ganz oben steht dann doch Insel der Jugend, Insel Berlin dran, Insel der Jugend. Na, was denn nun, wa?